Die Kamera läuft. Take scene sex. Go! So. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 B ist müde B kommt meist nach A A und B sind manchmal zusammen A und B haben schon einiges zusammen gemacht B beneidet A A findet B super ZDF, 2020 A und B sind gerne on the road A und B sind gerne on the road Eigentlich wollte B nach Warschau gehen A konnte sich nicht entscheiden Jetzt ist Warschau zu A und B gekommen Und Schluss Das Hotel ist maximal für drei Nächte leistbar Der Check-in geht rasch Sie bekommen die Zimmer 1 und 2 Der Lift nimmt sie freudig auf Während der Fahrt lassen sie erst einmal alles fallen B ist eine kleine Die Musik Die Musik Untertitelung. BR 2018 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 A sagt, ich glaube, Bauchmähe. B sagt, ich würde gerne ein bisschen aufräumen. H sagt, das ist Quatsch. Die sollen aufräumen oder nicht, aber ich rühre keinen Finger. Da kommt H., 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 hat niemand erwartet. H., 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 H Plötzlich, 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 wie aus heiterem Himmel schleudert es B mit ungeahmter Wucht gegen die Wand. Alle sind geschockt. Woher kam das? Woher kam das? Woher kam das? Nach einer Zeit erblicken sie W. W lauert schon lange. W hat niemand bemerkt. W ist wahnsinnig wütend. H versucht W zu beruhigen. W wird ganz weich. H hat W weich getröstet. Und Schluss. Da kommt A herbei. A ist anstrengend. B, noch etwas benommen. A kann so aggressiv werden, dass nichts mehr serviert wird. Alle lachen. Erst jetzt bemerkt B. B's Wut tat gut. B fragt, W fragt, W es nochmal zu tun. Wieder schleudert es B mit ungeahnter Wucht gegen die Wand. B geht fast kaputt dabei. Doch dann passiert es. Aus B weicht C2. C2 ist ein Körper aus Stimmen. Mit jedem neuen Laut nimmt er klarere Gestalt an. C2 kann alles und nichts. C2 ist mächtig. C2 geht auf Zimmer Nummer 3 und chillt erstmal eine Runde. H sagt, heute ist ein wirklich schöner Tag. C2 sagt, ich find's besser, wenn die Vorhänge zu bleiben. C2 sagt, ich bin ganz schwer. Alle treffen sich in der Bar. Sie trinken so heftig, dass sich alle Schleusen öffnen. Dem Hotel gefällt das. So täuschte sich eine Taube, sie sich täuschte. Sie flog Nordkost, kam nach Südwest. Sie hielt den Weizen für Wasser, wie sie sich täuschte. Hielt Ozeane für den Himmel und den Abend für den Morgen, wie sie sich täuschte. Sie hielt die Sterne für Taliban, sie hielt die Wärme für Mittagand. Wie sie sich täuschte, wie sie sich täuschte. Wie sie sich täuschte. Ich bin ganz sicher. Sie hielt die Sterne für den Himmel und den Abend für die Zukunft. Abend für morgen, wie sie sich täuscht, wie sie sich täuscht. Sie hält die Sterne für Tau im Wald, sie hält die Wärme für bitterkalt, wie sie sich täuscht, wie sie sich täuscht. Sie hält deinen Mund für dein Herz und dein Herz für ihr Zuhause, wie sie sich täuscht, wie sie sich täuscht. Nun ist auch die Schauspielerin angekommen. Das Hotel bebt vor Freude. Sie will sofort auf ihr Zimmer Nummer 1. Sie bewohnt hier schon immer ihr Zimmer Nummer 1. Es ist hervorragend, aber besetzt. Besetzt von A. Die Schauspielerin bricht in schallendes Gelächter aus. Sie zieht das ganze Register, ein Lachen, das in ein Weinen kippt und umgekehrt. Da kommt H herbei. H kennt die Hütte. H hält hier Anteile. H hilft, wenn es eng wird. H bittet A, in das nächstgelegene Zimmer aufzurücken. A gefällt das. Die Schauspielerin bezieht endlich ihr geliebtes Zimmer Nummer 1 und ist wieder im Lot. W wird wieder wütend, aber trotzdem verlegt. Alle anderen rücken nach. A ist unruhend. B hat erklärt, dass A nicht hat. B schlägt A einen Deal vor. B schlägt A Windelwald. Ah, gibt sich den wohligen Schling hin und entspannt sich. A ist ungetürmt. 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 Mit A Wollen irgendwie Alle Wie gesagt, mir ist unklar, ob ich Aggressionen oder Depressionen habe. Wie gesagt, ich lasse mich einfach gehen. Da kommt H herbeigeeilt. H bittet A, B, W und C2 ins nächstgelegene Zimmer aufzurücken. A gefällt das. A, H, B, W und C2 sind durchlässig und robust. Durch A, H, B, W und C2 zieht die Zeit und lässt sich an unterschiedlichen Stellen nieder. A sagt immer, I'm on my way, hey, I'm on my way. A, H, B, W und C2 begegnen sich wie auf einem nie enden wollenden Festival. Am Morgen beim Buffet ist alles wieder okay. Da kommt die Schauspielerin. Die Schauspielerin kommt nicht weiter. W wüsste zwar wie, kann ihr im Moment aber auch nicht helfen. Helfen kann H. H schlägt der Schauspielerin ganz hart auf den Kopf. Die Schauspielerin staunt und raunt. Das war etwas ganz Neues. Das war Berührung pur. Das war etwas Neues. Das war etwas Neues. Das war's Neues. Ich bin die Schauspielerin. Ich bin die Frau von meiner Freundin. Ich bin in einem vallendigen Blistern. Ich bin die Frau von Netflix. Ich bin die Schauspielerin. Ich bin das Schauspielerin. Ich bin die Schauspielerin. I will dismantle your perception I decorate your flats to total perfection I'm the man at the monster side Always got a pickle for you to hide I'm the pisser in your streets I'm toe sucker Give me feet I'm your drug abusing nerves I'm your blessing I'm your curse I will strip you to the bone I'm your searcher Dr. Sloan I'm the lover of my citizen The beast of your trophy wife left in Cranston I'm the cunt of Mrs. Lee She licks me bars She licks me deep I'm the third one of the bride of Chucky To serve your bad designer makes me lucky My skin is oily My limbs are elastic Treat me how you feel like Just a piece of plastic Isn't this a blessing? I'm the fucker of the fucker I never need stars I push in my heart I'm the thought of the strange experiment Two wings on my back And a tail at my very end I'm the trash The cross The grind I'm the one you need to find I'm strong enough To throw you up Into the sky You learn to fly When you feel bad Into my arms I hold you tight And then we dance I'm strong enough To throw you up Into the sky You learn to fly When you feel bad Into my arms I hold you tight And then we dance I'm strong enough To throw you up Into the sky You learn to fly When you feel bad Into my arms I hold you tight And then we dance And then we dance Kamera läuft Take 7, 6 Go The camera läuft Take 7, 6 It'sens The camera läuft Take 7, 6 Go The camera läuft The camera läuft Take 7, 6 Go A sagt Die Band ist so warm Dabei ist sie aus Stein B sagt Das ganze Hotel ist überhitzt K sagt Ich finde die Sinnfreiheit des Lebens beruhigend Ich finde die Sinnfreiheit des Lebens beruhigend Ich finde die Sinnfreiheit des Lebens beruhigend W, A und B sind schon länger da als geplant Ihr Budget bleibt begrenzt An der Rezeption wurde schon lange nichts mehr für sie hinterlegt Keine Nachrichten, keine Telefonnummern, keine Anweisungen Keine Panik, keine Katastrophe, keine geheimen Schlüssel mehr Und so bleibt für den Moment nur mehr die Fahrt Zur Fahrt kommt Musik Die Fahrt geht los Die Fahrt geht weiter Die Fahrt hört nicht auf Die Fahrt hört nicht auf Die Fahrt hört nicht auf Sie fahren, fahren, fahren Fahren, fahren, fahren Fahren, fahren, fahren Das Hotel will mehr davon Das Hotel beschließt ab morgen eine progressive Preissenkung Mit jedem Tag, den sie länger und länger bleiben wird das Zimmer billiger und billiger A Gefällt das? B Nervt das Endlich Für W ist die Reise zu Ende B Will nicht weiter B will nicht weiter A Findet das super A Findet das super Will nicht weiter A Findet das super B Ist dabei B Ist dabei B Lässt das kalt W Lässt das kalt Alles ist wieder möglich Alles ist wieder möglich W Lässt das kalt W 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 Aus W Lässt das W W Ungeheure Wut. Die Fahrt geht weiter. B versucht D zu beruhigen. Aus W kommt wieder so eine ungeheure Wut. B versucht D zu beruhigen. A kommt dazu. A kommt dazu. Das ist zu viel. A kommt dazu. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Der Boden gibt nach. Sie fallen durch 27 Stockwerke und landen am Arsch. Sie fallen durch 27 Stockwerke und landen am Arsch. A ist zufrieden. A kennt sich aus mit Performance. A kennt sich aus mit Performance. B weiß genau, wie man sich in einem Horrorfilm zu verhalten hat. B enthält sich jeder Form von Sex. B weiß genau, wie man sich in einem Horrorfilm zu verhalten hat. B enthält sich jeder Form von Sex. B lässt alle lachen. B hat jetzt genug. B geht in den Lift und lässt alles fallen. B geht in den Lift und lässt alles fallen. Immer wenn B versucht, sich zu entspannen. Endet es im Kollaps. B kippt um. I have a feeling this room is made for me. I have a feeling this room is made for me just for me. I have a feeling this room is made for me just for me. These walls so free I can walk the walls, the walls follow me. Plötzlich, 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 plötzlich steht ein ganz, ganz langer Bus, langer Bus. Mit einer unendlichen, unendlichen Anzahl, Anzahl von Gästen vor dem komplett ausgebuchten, ausgebuchten Hotel. Alle sind geschockt. H, H hat es kommen sehen, H denkt nach, H, H denkt an Hafen, H denkt an Horizont, H denkt mehr, mehr und mehr. H, H hat eine Idee, H wird sie alle unterbringen. H, H bittet nun die Gäste des Hotels auf das Zimmer, Zimmer mit der doppelten, der doppelten Anzahl ihrer eigenen Zimmernummer zu gehen. Alle folgen. Auf diese Weise werden alle Zimmer mit den ungeraden Zahlen frei. H, H bittet nun den ersten Gast aus dem unendlichen Bus auf das Zimmer mit der Nummer eins. Den zweiten auf das Zimmer Nummer drei. Weitere auf die fünf, die sieben, die neun, die elf, die 13, die 15, die 19, die 21, die 23, die 25, die 27, 29, 31 und so weiter und so fort. Die Gäste des Hotels ziehen weiter. Vom Zimmer Nummer 105 auf das Zimmer 210. Vom Zimmer Nummer 107 auf das Zimmer 214. Alle ziehen weiter. Die 110 geht auf die 220. Die 220 auf die 440. 홍locke Musik der Gäse des Hotels ziehen weiter. Alle anderen, weiter. Auf die 1, auf die 3, auf die 5, auf die 7, auf die 9, auf die 11, auf die 13, auf die 15, auf die 17, auf die 19, auf die 21. 10, auf die 11, 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 auf Betre祇 fürsteuern! Eins g derecho. Fre 이유es in Einschränkungen. Alle eben erwachsen! Auf die 1033 Auf die 1035 09 1024 varied was war über 120 A Wench. Alle anderen spielen weiter! Alle anderen spielen weiter! 2. 3. 3. Auf die 9, auf die 7, auf die 11, auf die 30, auf die 15, auf die 15, auf die 15, auf die 15, auf die 30, auf die 30. Alliabend, hier weiter. Ich bin der Leid, ich bin der Leid auf. Auf die 3, auf die 15, auf die 15, auf die 9. Ah! Ich bin der Leid, ich bin der Leid. Ich bin der Leid. Sie ist jetzt schon zum zweiten Mal zur selben Türe hereingekommen, ohne vorher hinausgegangen zu sein. Ich bin der Leid. Sie sieht noch immer so aus, als würde sie aussehen, wie sie schon immer ausgesehen hat. Ist jetzt etwas passiert oder nicht? Ich bin der Leid. Ich bin der Leid. Ist jetzt etwas passiert oder nicht? Ich bin der Leid. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus 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 Applaus